Der Glaube der Götter So befanden sich nun alle drei Helden auf verschiedenen Wegen zum selben Ziel. Doch längst Eominusus, der sich von Phaceros über das Meer zum Olymp transportieren ließ, und Paranfaulus, welcher Meer auf Luna hatte, das Ziel erreichte, hatte sich Herak Marcus mit seiner neuen, weißen Begleiterin Vila, der Wurmelin, auf den Weg gemacht. Dazu hat Dirk zunächst die Insel verlassen müssen, was er als nicht zu einfach darstellte, da es weit und breit weder Zivilisation noch andere Inseln gab. Zwar konnte Vila gut schwimmen, aber der zarte Körper der Wurmelin hätte den mächtigen Helden nicht über das Wasser tragen können. Also Kliperag Marcus nur einen Weg, welcher in den verschiedensten Kulturen mit den verschiedensten Namen bedacht wird. Schicksal, Zufall oder auch Glück. Verschiedene Varianten der Namen dieses Weges, doch alle meinen ein und dasselbe. Das Hoffen auf ein gutes Wiederfahren ohne persönliche Anteilnahme. Der Blick auf das Meer jedoch war ernüchternd. Viele Stunden lang hatte der Held aufmerksam den Horizont abgesucht bis zum Einbruch der Dunkelheit. Doch weder ein Banner noch ein Schiff konnten seine Hoffnung erfüllen, weshalb er nach einer besorgten Nacht mit geringem Schlaf etwas pessimistisch zum Strand lief, um nach einer Mitfahrgelegenheit Ausschau zu halten. Diesmal jedoch wurde seine Geduld belohnt, denn nach wenigen Minuten des Spähens konnte er die Umrisse eines Schiffes am Horizont ausmachen, welches direkt auf die Insel zuhielt. Zunächst wunderte sich Herak Marcus, welcher verrückte Kapitän diese einsame Insel ohne offensichtliche Kostbarkeiten ansteuern sollte. Doch als das Schiff näher kam, erkannte er, dass es völlig schwarz war. Und ihm war nur ein Schiff bekannt, welches vollkommen schwarz war. Die Peeling Pearl. Mit dieser Erkenntnis wisch auch Herak Marcus Verwunderung, ob des verrückten Kapitäns, denn dieser war zwar geschickt und clever, aber auf seine sympathische Art auch irgendwie verrückt und vor allem undurchschaubar, was ihn zu einem zweifelhaften Weg gefährden und einen nicht zu unterschätzenden Gegenspieler machte. Bedachte man, dass er Herak Marcus reingelegt und auf Capri Talda ausgesetzt hatte. Das Schicksal schien Herak Marcus voll zu sein. Nun hatte er nicht nur bald ein Schiff, sondern auch noch eine Chance, mit Black Arrow abzurechnen. Weshalb er zu Vila, die auf ihren Hinterfoten aufricht saß, sprach Vila, lass ihn schnell irgendwo im Wald verstecken. Ich hab einen Plan. Wie bitte? Dies ist ein Schiff. Darauf warten wir bereits seit gestern. Ich halte es für nicht weise, uns im Wald zu verstecken. Auch wenn es noch auf die Insel zuhält, so kann es dennoch sein, dass es abdrehen wird, wenn sie niemanden hier sehen. Entgegnete Vila verwundert. Oh nein, die kommen ganz sicher hierher. Ich kenn den Käpt'n. Er hat mich einst auf einer einsamen Insel ausgesetzt und mich verraten. Wir waren einst Freunde. Er widerte Herak Marcus und rief sich um, wobei er sprach. Schnell, vielleicht haben sie uns noch nicht gesehen. Wir legen ihnen einen Hinterhalt und kapern das Schiff. Und wie soll das gehen? Wir sind nur zu zweit und die eine ganze Mannschaft. Er widerte Vila. Ihre Anzahl beunruhigt mich weitaus weniger als Arrow. Seine Piratenbande habe ich schon vermöbelt, als ich noch ein Halbstarker war. Aber was in Arrows Kopf vergeht, das ist ein Rätsel. Bitte vertrau mir. Entgegnete der Sohn des Orbitus mit einem wohlwollenden, vertrauenswürdigen Lächeln. Vila nickte und beide eilten in den Wald, während das Schiff sich langsam nährte. Am Ruder der Peeling Pearl befand sich, wie nicht anders zu erwarten, Kapitän Black Arrow, mit der einen Hand das Ruder, in der anderen den magischen Kompass haltend, auf den der Blick des Kapitäns aggwöhnlich fiel. Die Nadel deutete direkt auf den Warwirt-Dschungel und auch wenn Arrow die Seegebiete hier recht gut kannte, so war ihm diese üppig bewucherte Insel noch nie aufgefallen. Master Chips, sein erster Mat, eilte zu den Kapitänen und sprach, während die Gischt der See um die Ohren brauste, Captain, wohin segeln wir? Master Chips, seht ihr dieses Stück Land in mitten im Meer, ohne Verbindung zu einem anderen Stück Land? antwortete der Kapitän. Aye? Bejahte Master Chips, ehe der Kapitän spöttelnd fort vor, so etwas nennt man Insel. Dahin segeln wir. Er klappte den Kompass zu und ließ das Ruder los, da die See ruhig war und lief einen halben Kreis um Master Chips, wobei Arrow erklärte, wie du jedem Kinderbuch entnehmen kannst, mögen Piraten Inseln. Wir sind auch Piraten, wir mögen auch Inseln. Und weißt du, warum wir Inseln mögen? Weil andere Piraten auch Inseln mögen, um dort Schätze zu vergraben, während wir aber keine Schätze vergraben, sondern vergrabene Schätze anderer Piraten, die gerne Schätze vergraben, ausgraben, um neue Schätze zu haben, die wir eigentlich als Piraten vergraben sollten. Da das aber keinerlei Sinn macht, behalten wir die Schätze einfach, klar soweit? Master Chips konnte den verwirrenden Erläuterungen des Kapitäns nicht folgen, weshalb sein Gesicht einen mehr als verwirrten Ausdruck erhielt, während er unsicher mit ein Eye bejahrte, woraufhin Arrow wieder ans Ruder ging und sprach, Allerdings kann ich auch nicht genau sagen, was für ein Schatz uns erwartet. Sie erreichten die Insel und in einigen Abstand vom Strand warfen sie den Anker, damit das Schiff nicht kenterte, während sich ein Teil der Mannschaft unter der Führung des Kapitäns an Land begab und der andere, kleinere Teil unter der Führung von Master Chips zurückblieb, um das Schiff zu bewachen. Wohin jetzt, Käpt'n? Erkundigte sich einer der Piraten, während Arrow den Kompass in der Hand hielt und sprach, Na such die Insel ab! Hopp, hopp! Woraufhin die Crew sich aufteilte und in den Wald vortrang. Arrow wartete eine Weile, ehe er mit ruhendem Blick auf den Kompass, genau dessen Nadelzeit folgte und dabei immer wieder nach oben schaute, um die Richtung gegebenenfalls anzupassen. Nachdem er die ersten Bäume des dichten Waldes hinter sich gelassen hatte, fing die Nadel auf einmal zu rotieren an, weshalb Arrows Blick wunderlich wurde und er die Augen überrascht aufriss. Mit ein paar Schritten zur Seite und vor und zurück testete er immer wieder die Kompassnadel, doch sie verwies ihn immer wieder auf dieselbe Stelle, woraufhin sich ein Lächeln auf seinen Lippen abspielte und er eine kleine Kelle zum Graben aus seiner Tasche hervorholte und anfing zu graben. Nachdem er gerade mal ein paar Minuten gegraben hatte, hörte er ein winziges, mechanisches Klacken, das von seinem Kompass kam. Ein beunruhigter Blick nach unten offenbarte Black Arrow, dass sich die Kompassnadel spontan gedreht hatte und hinter ihn verwies, weshalb er sich eilig umblickte und da sah er ihn. Herak Marcus, der heimlich von einem Baum heruntergeklettert war und sich nun hinter Arrow befand, der sofort die Kelle wegwarb und sich mit einem breiten Grinsen aufrichtete, komplett zu Herak Marcus, der mit überkreuzten Arm und strengem Blick dastand, umzudrehen und heiter zu sprechen, Ah, da bist du ja! Ich hab dich schon überall gesucht! Auch auf Cabritalta, wo du mich zurückgelassen hast? antwortete der Held hart. Ein kurzes, unsicheres Lächeln kam auf Arrow's Lippen, ehe er die Hände kurz auf Brusthöhe hob und mit den Schultern zuckte, um anzudeuten, dass es keine böse Absicht war. Dann hob er eilig den Zeigefinger mit einem frechen Grinsen und sprach, Ich habe dich nicht auf Cabritalta ausgesetzt. Ich hab dich in ein Beiboot gesetzt und dich auf Cabritalta treiben lassen. Ohne zu zögern, ergriff Herak Marcus den Hals des Kapitäns, um ihn an diesen hochzuheben, wo er die Kehle leicht zudrückte, so, dass Arrow zwar noch Luft bekam, aber er kaum sprechen konnte, weshalb er nur leise kommentierte, Das hätte ich anders formulieren sollen. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du auf freche Sprüche erst einmal verzichten wollen. Sprach Herak Marcus, woraufhin Arrow seinen Zeigefinger, einer Meldung in Schuh und durchgleich, hob und einwarf, Und wie willst du dann von der Insel runterkommen? Ich nehme einfach das Schiff! Mit einem Kopfnicken Richtung Schiff verdeutlichte er seine Aussage. Black Arrow wandte seinen Kopf zu Peeling Pearl und dann wieder zu Herak Marcus. Dies wiederholte er dreimal, ehe er mit nach unten hängenden Mundwinkel eilig sprach, Das ist mein Schiff. Das nennt man Diebstahl. Außerdem kannst du das Schiff nicht alleine segeln. Du brauchst eine Crew. So ist das nun einmal mit großen Schiffen. Ohne Besatzung geht da gar nichts. Herak Marcus ließ Arrow los, welcher unvorbereit auf den Knien landete, seine Hände wie zum Gebet faltet und sprach, Danke. Dankriff Arrow eilig nach seinen Kompass und dreht sich um, wobei er dabei versuchte aufzustehen und gegen Vila stieß, die sich leise hinter Arrow gestellt hatte. Überrascht, ob des großen Tieres, riss Black Arrow seinen Mund auf und stieß einen stummen Schrei aus, während Herak Marcus ihn am Schlaflitschen packte und zu sich umdrehte. Dann entriss er dem Kapitän seinen Kompass und steckte ihn in seine Tasche und aufhin Black Arrow widersprach, Hey, das ist Diebstahl! Ich betrachte es eher als eine Art Pfand, dass du nicht wieder auf dumme Ideen kommst, nachdem du jetzt gleich deine Mannschaft zusammenrufen und wir allesamt an Bord deines schmucke Schiffes gehen werden, um Richtung Olymp zu segeln, wo du diesen Kompass wiederbekommen wirst. Entgegnete Herak Marcus mit einem breiten, sehr gestellten Lächeln, welches Black Arrow nach etwas grimmigem Schauen erwiderte und dann sprach Okay. Wobei er Herak Marcus andererhand ergriff und sie einer Schäftsabmachung gleich schüttelte. Würdest du auch nur daran denken, mich noch einmal zu verraten? Dann werde ich den Kompass sofort zerbrechen! Fügte Herak Marcus mit Nachdruck hinzu. Es ist nicht gut, sein einziges Pfand zu zerstören, mein Freund. Zudem habe ich dich ja nicht wirklich verraten. Ich wollte nur... Begann Arrow, der dann jedoch von Herak Marcus mit den Worten Das kannst du mir während der Fahrt erklären. Unterbrochen wurde, woraufhin er seine Männer zusammenrief und Richtung Strand in Begleitung von Herak Marcus und Vila lief. Als der Kapitän mit seinen zwei neu gewonnenen Begleitern den Strand erreichte und sich nach und nach seine Leute versammelten, welche über den Anblick der Wurmelin gleichermaßen beunruhigt wie auch beeindruckt zu sein schien, erklärte der Kapitän immer wieder Nun schaut doch nicht so überrascht! Wir Piraten sind tolerant! Das muss auch für übel gelaunte Musselpakete und erstaunlich anmutige jedoch sehr unbekannte Tiere wie dieses hier gelten. Als sich die Mannschaft versammelt hatte, fragte einen der Piraten vorsichtig und zögernd Captain Black Arrow Entschuldigung, Captain, aber was geht hier vor? Kapitän Black Arrow legte sein überhebliches Grinsen auf die Lippen, zuckte mit den Schultern und sprach heiter, wobei er sich zu Herak Marcus umdrehte und mit dem Zeigefinger auf ihn deutete Diese Frage möchte ich gerne weitergeben! Der Pirat wechselte mit seinem Blick zwischen Kapitän und Herak Marcus hin und her er letzterer sprach Wir müssen den Kurs Richtung Olymp nehmen! Woaufhin sich Herak Marcus zur Arrow wandte und diesen fragte Sind deine Leute jetzt alle da, dass wir aufbrechen können? Fast nervös hob der Kapitän den Kopf und ging auf die Zehenspitzen gleich ein Erdmännchen was sich schreckhaft aufrichtet um nach möglichen Feindenausschau zu halten und schaute sich eilig um eher mit dem bekannten Lächeln heiter sprach Das weiß man nie so genau mein Freund aber ich denke wir sind vollzählig Noch ehe Herak Marcus dazu etwas sagen oder darauf reagieren konnte drehte sich der Kapitän zu seinem Schiff um und rief im Gehen Dann alle Mann an Bord wir scheinen es eilig zu haben Hopp hopp! Herak Marcus durchströmten zwei wesentliche Gefühle Das erste war Verwunderung ausgelöst durch das unturchsichtige nicht vorhersehbare Verhalten von Black Arrow Das andere hingegen war ein gewisses Unbehagen als er die finster treibenblickenden Miene der Piraten sah vorhin jeder ihm beim Vorbeischreiten einen stechenden Blick zuwarf Da ihm jedoch keine andere Wahl blieb ging er mit der Piratenwold an Bord und stellte sich zu Black Arrow ans Ruder wo bereits Master Chips auf ihn wartete welch den Kapitän als dieser zum Ruder trat verwirrt fragte Wir brechen schon wieder auf? Ei! war die knappe Antwort des Kapitäns Habt ihr also gefunden wonach ihr gesucht habt? erkundigte sich der Mat Mehr oder weniger Sagen wir es so Ich habe gefunden was ich offenbar finden wollte aber nicht was ich erhofft hatte zu finden Erläuterte Black Arrow woraufhin Master Chips welcher diese verwirrende Aussage nicht verstehen konnte den Kapitän verwundert anschaute und nachfragte Was meint ihr damit Captain? Ohne eine Antwort zu formulieren nickte Arrow nach hinten wo gerade Herak Marcus mit Wila das Deck betraten und auf Arrow zuhielten Das? fragte Master Chips nach Der Kapitän drehte sich zu Herak Marcus um dann wandte er sich wieder Chips zu und nickte etwas widerwillig wobei er mit breiten Grinsen bejahte Der Götter Sohn hatte derweil Arrow erreicht Chips gehen von dann woraufhin Herak Marcus sprach Es heißt deine Peeling Pearl sei das schnellste Schiff im gesamten Kriegeland Wie lange wird es bis zum Molymd dauern? Ein oder zwei Stunden Antwort der Kapitän er sich vom Steuer zu Herak Marcus umwandte mit fragendem Blick nachhakte Aber was genau? Wenn ich fragen darf willst du eigentlich dort? Es geht wieder um diesen göttlichen Wettstreit nicht wahr? Ja und ich habe keine Zeit zu verlieren Antwortete Herak Marcus woraufhin Arrow sprach Verstehe Verstehe Er wandte sich wieder dem Ruder zu und rief Lichter den Anker wir nehmen Kurs auf den Olymp Und so starren sie in See Die Reise verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle und selbst zwischen Herak Marcus und Black Arrow war großes Schweigen bis der Olymp mit seinen mächtigen Ausmaßen nach kaum einer Stunde in Sicht kam woraufhin Arrow zu Herak Marcus sprach So wir sind so gut wie da Nur noch ein paar Minuten Er drehte sich von seinem Steuer weg zu Herak Marcus und sprach zu diesen Hör mal Ich kann verstehen dass du mir böse bist Ja ganz ehrlich Aber immerhin habe ich dich doch jetzt dafür hierher gebracht nicht wahr? Wir sind sozusagen quitt? Eine gute Tat reicht nicht um einen Fangen hat es wieder gut zu machen Erwiderte der Held hat Ach aber eine einzige schlechte Tat reicht um einen ewigen Hass im Herzen zu schüren? Konterte Arrow und traf damit Herak Marcus der süchtlich bedrückt wurde Weißt du das Problem mit Schlussfolgerung ist dass sie nur bereits Geschehenes betrachten und aus diesen resultieren Was sie aber nicht vermögen ist in die Gedanken und Pläne und damit in eine mögliche Zukunft der Handelnden zu blicken weshalb manche durchaus tugendhaften Absichten die jedoch auf einen untugendhaften Weg versucht werden zu erreichen daher als böse betrachtet werden weil das Gute in ihnen nicht offensichtlich ist Aus Bösen kann nie etwas Gutes resultieren Aus Hass kann keine Liebe werden Aus Sünde niemals Tugend Entgegnete Herak Marcus Kämpferisch Welch philosophische Betrachtung Ich bin beeindruckt Dein Meister hatte ich wohl diese großen Worte gelehrt Nun er hat recht Erwiderte Arrow und verursachte daher einige Verwirrungen bei Herak Marcus die sich jedoch widerlegte als der Kapitän fortfohr Das Problem bei dieser Expertise ist nur dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist sondern dass es viele Nuancen gibt Oder würdest du einen Heiltrank von einem Mediziner nicht stehlen wenn du ihn nicht bezahlen kannst du aber einen Menschen mit diesen das Leben zu retten vermagst Ist das store Einhalten von Regeln höher anzusiedeln als das Befolgen von höheren auf Vernunft und Moral basierenden ethischen Prinzipien Arrow trat so nah an Herak Marcus heran dass sie sich auch in Auge standen Ehe Arrow hinzufügte Niemand sollte sich Weise nennen der den Wert des Besitzes eines Gutes über das Leben stellt Niemand kann sich gerecht nennen der ein Dieb welcher Nahrung stehlt um seinen Bauch zu füllen dafür tadelt Und niemand kann sich einen Gelehrten nennen der sich Wissen über Wissen gelehrt hat darüber hinaus jedoch die Prinzipien der Vernunft beiseite legte und das gelernte Wissen über Tatsachen stellt und sich so der Verblendung preisgibt Arrow und Herak Marcus standen sich Auge in Auge gegenüber und die wenigen Sekunden die vergingen schienen eine halbe Ewigkeit zu dauern ehe Herak Marcus sprach Seit wann bist du ein Philosoph was willst du mir damit sagen Arrow drehte sich wieder um und nahm das Ruder in die Hand um den Kuss zu korrigieren wobei er sprach Es war nicht gelogen als ich sagte dass ich dich nicht verraten habe Du hast mich auf einer Insel ausgesetzt obwohl du mir versprochen hattest mir zu helfen was bitte daran ist kein Verrat erkundigte sich Herak Marcus Mir blieb doch keine Wahl Wie der Dieb beim Mediziner musste auch ich mir etwas nehmen was mir nicht zustand um mein Leben zu retten sprach Arrow betrübt und drehte sich um Dies war das erste Mal dass Arrow's Gesichterstruck voller ehrlicher Trauer und Anteilnahme Regler strahlte wobei er hinzufügte Ich habe dich zurückgelassen denn jemand bot mir ein seltsames Heilmittel für meine sterbenskranke Mutter an Ich bot ihm Gold und Schätze ja sogar die Peeling Pearl aber das Herz dieses Menschen sehnte sich nur nach eines nach Rache und zwar auf dich Ich weiß dass du kein schlechter Mensch bist und daher glaube ich auch nicht das Gerede dass du deinen Meister getötet hast und so weiter doch genau dieses Gerede schwülte den Hass dieses Mannes der auch ein Schüler deines Meisters war Was hatte ich also für eine Wahl hm Ich sagte zu doch konnte ich dich ihm nicht ausliefern denn das wäre dein Tod gewesen Also beschloss ich dich auf einer Insel zurückzulassen und ihn mitsamt seinen Mann dahin zu führen wohl sicher dass er mir dann die Medizin geben würde Sobald er jedoch an Land gegangen wäre hättest du dich bestimmt in die Wüste zurückgezogen wo Spratzel sicher mit ihm und seinem Mann kurz einen Prozess gemacht hätte Dann hätte ich mir der Peeling Pearl angelegt und dich wieder mitgenommen Das war der Plan Er war genial Bis auf einen einzigen naja kleinen Schönheitsfehler Ich hab dich unterschätzt Jörg Markus schüttelte verwundert mit seinem Kopf er sprach Hattest du nicht einen Moment daran gedacht dass Spratzel mich auch hätte töten können Nicht wenn du nur halb so stark bist wie man sich erzählt Rechtfertigte sich Arrow woraufhin Herak Marcus sprach Und warum hast du mich nicht einfach in deinen Plan eingeweiht Na dann wäre ich da nicht halb so unverschaubar und genial wie man sich von mir erzählt nicht wahr antwortete der Kapitän mit einem frechen Lächeln Woraufhin Herak Marcus auch wieder Lächeln musste und fragte Aber was wird jetzt aus deiner Mutter? Naja Ich hab auf Plan B zurückgreifen müssen erwiderte Arrow Und der war? Hakte Herak Marcus nach Besorg ein Kerl der wie Herak Marcus aussieht schneid ihm die Zunge ab damit er nichts anderes behaupten kann lief ihn bei der Mediziner ab und kassier die Medizin antwortete der Pirat gelassen Herak Marcus bekam große Augen und wunderte sich über diesen Plan weshalb er fragte Und wie war das mit höheren ethischen Prinzipien? Ich war doch nie ein Freund von Prinzipien antwortete Black Arrow und drehte sich zu dem Ruder um wobei Herak Marcus nicht anders konnte als ein sanftes Lächeln ob dem trockenen Humor des Kapitäns auf seine Lippen zu bekommen Er holte den Kompass heraus und legte ihn auf das Ruder woraufhin Arrow seinen Kopf hob und Herak Marcus verwirrt anblickte welcher zugleich erklärte Ihr seid ein guter Mann zumindest im Augenblick wer weiß wie ihr nächste Woche bereit seid Das weiß ich nicht einmal selbst mein Freund Wir sind übrigens da Näher kann ich wegen den Felsenwasser nicht heran Ich wehre nicht dass mein geliebter Peeling Pirate was zustößt sprach der Kapitän Ich hoffe ich bereue es nicht aber danke Er widerte Herak Marcus und gab den Kapitän zum Zeichen der Versöhnung die Hand Er mit Wiela ins Wasser sprang und Richtung Olymp schwamm Musik Duh 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 Duh